Das ist alles gut, macht ihr keine Gedanken. Aber trotzdem, er war herzlich dankt, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, dass es euch alle gefällt. Und vor allen Dingen, wenn ihr die Ideen habt, lasst es mir aber nur wissen. Und dann kann man ja mal nur nachdenken. Also, wir machen weiter. Finale in der Füchthorf-Arena. Haben wir Fans von Melanie Hofer und Kat Wiesel? Das gibt's doch gar nicht, das ist der absolute Wahnsinn! Kat Wiesel!